Hey Leute, ich bin heute mit dem Kollegen Dammers unterwegs. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das seht ihr hier neben mir. Ich muss mal nicht fahren, das ist auch angenehm. Ich fahre nämlich sonst immer und lasse mich heute hier mal durch die Gegend kutschieren. Wo fahren wir denn gerade hin? Ja, wir fahren in den hohen Norden und wollen uns mal ein Aquarium angucken. Ja, genau. Und zwar eins, das kennt ihr eventuell schon von YouTube, nämlich ein 38.000 Liter Becken, glaube ich. Ja, irgendwo zwischen 34.000 und 38.000, je nachdem, ob meine Filterbecken, Anlage, alles dazu gerechnet, brutto, netto. Aber es sind so um die 35.000. Das Schöne ist, ich würde ja gar nicht mitfahren, was soll ich denn da eigentlich auch, wenn ich nicht da heute einen Checkdive machen könnte, dürfte. Total geil. Ich gehe heute in einem Aquarium tauchen, so wie es aussieht. Und es sind auch noch mehr Leute dabei, nämlich der Jörg wartet auf uns da, der müsste eigentlich schon da sein gleich. Welcher Jörg? Der Jörg Kokott. Ach ja, der Jörg Kokott, der Sango-Jörg ist auch da. Hintergrund ist, ich fliege nach Ägypten in genau 29 Tagen, habe ein bisschen neues Equipment auch mir zugelegt und das würde ich gerne auch mal testen. Das kann ich natürlich in so einem schönen Meerwasser-Aquarium besonders gut. Von daher werden wir da gleich mal reinspringen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Tag heute. Ich auch, auf jeden Fall. Du hast das Becken ja auch noch nicht gesehen, wie es sich entwickelt hat, oder? Ich kenne es halt noch von einigen kleinen Videos. Ich kenne es natürlich vom Einrichten, aber Torben hat jetzt auch noch mal Sand reingetan in die sogenannte Riffschlucht. Also es wird mit Sicherheit super interessant sein, die Veränderungen zu sehen, andere Beleuchtung drauf. Man liest von so einem Aquarium 36.000 Liter weg und wenn man dann davor steht oder man darf sogar mal reingehen. Dann ist es doch was anderes, ne? Ja, ganz anders. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren noch so 15 Minuten ungefähr und dann freue ich mich darauf, ein paar Bilder machen zu können. Yes. Ja. So Norbert, sind wir angekommen. Gott sei Dank. Jetzt haben wir erstmal bestimmt zwei Stunden geguckt, ne? Ja, jetzt haben wir erstmal alles Bestandsaufnahme sozusagen, genau richtig. Das ist schon heftig. Beeindruckend, ne? Ja. Kann man so sehen. Schon sieht man nicht alle Tage und steht auch richtig gut, ne? Also mir gefällt es sehr gut. Korallen sehen sehr vital aus, schöne Farben. Ich würde sagen, wir machen mal kurz ein paar Bilder für euch und dann sitzen wir gleich mit dem Jörg und mit dem Torben auf jeden Fall mal vor dem Aquarium. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Wir sitzen hier beim Torben vorm Becken. Torben, herzlichen Glückwunsch erstmal. Habe ich noch nicht gesehen. Jonas, danke. Ja, ist echt schön. Kannst du uns ein bisschen was sagen, wie viel Liter Dimensionen vielleicht? Kommt ja im Video auch immer schlecht rüber, sowas? Vergesse ich auch jedes Mal wieder. Also 34.000 Liter kann ich mir mittlerweile merken. Und Tiefe ungefähr 5,20 Meter, Breite ungefähr 3,80 Meter. Okay. Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte keine Lust mehr, in meinem Becken zu krabbeln, kopfüber drinnen zu liegen. Und da habe ich gedacht, ich baue mir jetzt ein Aquarium mit der Deko, dass ich von allen Seiten schön rankomme und ich gehe ins Becken. Ja. Ja, das ist da draus geworden. Der Plan war nicht für eine, aber die Ausführung ist ein bisschen was anderes geworden. Ja. Aber coole Sache. Norbert ist dazwischen gekommen, wie immer. Ach so, ja. Wenn keiner war, war ich. Ist doch kein Problem. Ja, die Deko ist vom Norbert. Das haben wir auch schon mal in einem Video gesehen. Da kommt man sich ja relativ schlecht vorstellen, was da draus mal wird. Ich glaube, du bist selber ganz überrascht eigentlich, ne? Ja, du machst ja natürlich eine Vorbesprechung, die Wünsche des Kunden und dann setzt du um. Eine praktische Seite. Wir haben ja hier ungefähr eine Auflagefläche am Boden von maximal einem DIN A4-Blatt, weil wir das ja alles auf PVC-Rohren geschlitzt haben. Genau, die reine Auflagen haben, also mehr haben wir nicht am Boden. Und mit dem Strömungskonzept und sowas alles ist natürlich bei so einem großen Pott wichtig. Also ich finde es aber insgesamt rund. So, und ich bin auch erstaunt vor allem, muss ich sagen, von der Farbigkeit der Korallen. Ja. Und ich bin fast schon begeistert, muss ich sagen. So, Farbigkeit von Korallen liegt ja an zwei Sachen erstmal, ne? An drei vielleicht auch. Man weiß es nicht. Kommen wir aber gleich drauf. Kannst du uns kurz ein bisschen was so, nur so ein paar Sachen einfach, dass man einen groben Überblick kriegt, was hier für eine Technikschlacht stattgefunden hat? Wir haben einen 30 Jahre alten Abschäumer von der Firma Schuran gekauft. New Wave hat ihn ein bisschen optimiert. Alex hat die Pumpen dazu geliefert. Wir haben jetzt eine 1200er Abyss als Förderpumpe bei dem Abschäumer. 1200 heißt was? 1200 Watt. Watt, okay. Was macht die so an... Die ist ja ungefähr bei 45.000 Liter jetzt, bei 85%. Ist ordentlich, ne? Das ist ein bisschen, ja. Und dann haben wir noch eine Rückförderpumpe, auch eine Abyss 1200. Ja. Die läuft aber nur bei 30%. Das komplette Wasser, was diese Rückförderpumpe schafft, das geht durch einen Fließfilter. Die Beleuchtung hast du geändert? Ich glaube, du hattest mal ein anderes Konzept. Ich meine, irgendwas mit HQI hätte der Norbert gemacht. Genau. Hier waren mal sechs HQIs drauf, jeweils 1000 Watt. Und das war zu wenig. Da musste mehr hin. Für das, was ich wollte, war es eigentlich genau das Richtige. Aber was Norbert draus gemacht hat, war es zu wenig. Und diesbezüglich haben wir dann aufgerüstet, sag ich mal. Und wir haben uns 37 Reef Flair Pro von Reef Factory drauf gebaut. Das Licht ist schön, ne? Gefällt dir so? Mir gefällt das. Ich habe das immer so gesehen bei Norbert. Norbert hat das auch mal so ein bisschen blau. Und ich mochte das auch mal gerne ein bisschen blau. Und hatte ich mit den HQI, trotz der Brenner, die 12.000 K Brenner. 12.000 K Brenner. Die haben jetzt aber nicht so schön das Licht blau gekriegt, wie die. Das Becken läuft mit? Die Versorgung läuft über Sonderkei. Basis 1,2 und komplett komplex hatten wir vor allem am Anfang auch, weil gar keine Nährstoffe drin waren. Ansonsten ist das eigentlich ein relativ simples Konzept, sag ich jetzt mal, von der Versorgung her. Das ist das ganz normale Basis-Konzept. Kalkauszeitversorgung ist das ganz normale Balling-System. Ich finde es generell, so ein großes Becken ist von der Dimension natürlich beeindruckend. Aber am Ende stehen wir auch im Technik-Becken. Also wir stehen nicht im Technik-Becken, sondern im Technik-Raum und denken, okay, das ist ein Abschammer, ein Flieser, eine Rückförderpumpe. Fertig. Eigentlich wie immer. Es ist eigentlich alles nur so hoch skaliert. Das gleiche gilt ja für dein System auch. Ja klar, man kann jedes System ja hoch skalieren letzten Endes. Aber ich meine, man denkt ja, natürlich ist das eine sehr impressive Technik auch. Also was Rohre angeht, Durchmesser und so. Aber ansonsten ist es eigentlich ein normales Meerwasser-Aquarium, nur halt krass groß. Wo hast du die Ideen geholt? Also du wirst ja mit Sicherheit da schlaflose Nächte gehabt haben bei der Planung. Ne. Also Dominik hat eben auch schon nachgefragt. Das ist so im Bau entstanden, so die letzten Feinheiten, Einzelheiten. Viele Dinge wusste ich gar nicht. Geht ziemlich hemmt sie eigentlich immer und solche Sachen ran. Viele Sachen wusste ich noch gar nicht, wie wir das überhaupt lösen. Das haben wir dann während der Bauphase dann irgendwie lösen können. Und so wie es mal geplant war, ist es nicht geworden. Okay, also es ist hinterher ganz anders quasi geworden. Ja, wobei du sagen musst, du hast vieles selber gemacht. Also mit deinen Leuten auch. Also ich hast jetzt nicht eine Firma nach der anderen hier hinkommen lassen. Die Leute fragen ja, wenn ich das einwerfen darf, die Leute fragen ja immer bei solchen großen Becken, das hat doch Unmengen an Geld gekostet und Unmengen an Energie. Was machst du beispielsweise hier mit dem Strom? Ja, wir haben Photovoltaik auf den Dächern und das reicht auch im Winter. Was ist hier für eine Scheibe drin, an der wir uns hier gerade angehen? Das sind zwei mal 18 Millimeter VSG-Sicherheitsglas, weiß, Opti-White. Okay. Zweimal 19, Entschuldigung. Wer hat die eingeklebt? Hat er auch sehr gut? Ja. Okay, das ist immer so ein Ding, was ich im Kopf nicht hinkriege. Kunststoff, weil das ist ja ein Epoxidharz glaube ich, was du drinnen hast, oder? Als Versiegelung für den Beton. Was nimmt man da, um das zu verkleben? Silikon einfach? Ich habe das Billigste genommen, was ich gefunden habe. Bei Obi irgendwie. Und dann habe ich... Tube Silikon 1,95. Und dann habe ich ganz zum Schluss, die Fuge war natürlich vier Zentimeter oder noch tiefer. Und ganz zum Schluss habe ich dann einen halben Zentimeter richtiges Aquarium Silikon genommen. Du hast irgendein Silikon einfach dazwischen gematscht? Ja, irgendwie so ein... Ich habe es da hinten noch liegen. Irgendwie so ein Kleber ist das sogar. Sehr gut. Irgendwas, was günstig war, dass wir da zugeschraubt wurden. Nehme ich mir nicht so an. Ich weiß auch, warum mein Hintern nicht nass wird. Und dann das letzte richtiges Aquarium Silikon. Und dann habe ich das Ganze nochmal versiegelt mit einer Scheibe, also einem Glasstreifen auf die Naht. Weil ich halt schon irre Geschichten gehört habe von Kieferwürmern, die sich durch Silikon fressen. Ja, das ist immer besser. Silikonfugger wie Schützen hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Jetzt darf ich hier gleich reingehen, glaube ich, in das Becken. Darfst du. Ja, cool. Der Jörg Kneif, der wollte eigentlich, der hat mich auf die Idee gebracht erst. Aber du hast es geil. Ich gebe dir gleich das Lichtmissgerät runter, dann kannst du den Zentimeter auf 50 Zentimeter Wasser überlegen. Ich weiß nicht, ob man das auf den Videos und auf den Bildaufnahmen so gut sieht. Du achtest viel auf, was ja eigentlich auch jedem auffallen wird, auf Paarhaltung. Ich bin unheimlicher Verfechter von Paarhaltung. Ich finde das Agieren unter den Fischen halt immer sehr schön. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute überhaupt nur, guck mal meine Doktoren, die tanzen schon, die balzen schon. Ne, das sind Aggressionen. Als wenn die sich im Kreis drehen. Also das sieht anders aus, das beizuhalten als Aggressionen. Und ja, ich mag das unheimlich gerne, auch wenn ich so Paare zusammenstelle, die nachher laichen. Also ich mag das halt gerne, wenn man dann abends, wenn es dunkel wird, wenn man dann sieht, dass sie dann anfangen zu laichen. Das ist dann schon. Leider bin ich dann hier selten, aber ich gucke nochmal in die Kamera rein. Ja, cool. Wie viele Fische hast du hier drin? Weißt du das ungefähr? Nee, nicht ansatzweise. Circa? Gar nicht? Ich habe neulich nochmal 80 Stück nachgesetzt. Voll die Kontrolle verloren, oder was? Ich habe nochmal 80 Stück neulich nachgesetzt. Da waren aber hauptsächlich Antias. Und ich wüsste es nicht. Ich könnte es aufschreiben. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ich habe es aber nicht zusammengefasst. Und wie viele Arten? Also nicht jetzt Gesamtstückzeiten, sondern wie viele Arten verschiedene? Das weiß ich nicht. Das ist... Ursprünglich war auch mein Plan, also wenn ich zum Beispiel Zebrasoma, dass ich nur ein Zebrasoma drin habe. Ich hatte vorher schon viele andere, wollte mich dann nicht von denen trennen und habe sie doch wieder eingesetzt. Die Vorsätze... Was man sich so vornimmt, ne? Die Vorsätze sind über den Haufen geworfen nach vier Wochen. Mit den Großkaisern sag ich mal, ist natürlich auch immer ein Risiko, wenn Korallen drin sind, je nachdem wo sie gerne drangehen. Ist denn geplant auch mit ein paar beweglichen oder weichen Tieren zu arbeiten? Also ich habe jetzt ja schon ein paar LPS drin, das funktioniert ja ganz gut. Und ich hatte ursprünglich den Spleen, dass ich mir in meiner Korallenanlage eben ein paar Gunis, ein paar Euphilien und sowas auch wieder züchte und dann nach und nach hier Korallen ersetze. Aber ich glaubt euch keine Lust zu. Das ist zwei Anlagen am Laufen halten, das ist zu arbeitsaufwendig. Wenn du jetzt sagst, der Status von dem Aquarium in Prozent gemessen, jetzt nach... Wie lange läuft das Becken jetzt? Ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf. Also ich glaube, im Januar sind wir irgendwie gestartet. Das heißt, es sind jetzt irgendwie neun Monate. Okay. Wann, wo würdest du sagen, wann ist der Status erreicht? So von Zeiten? Wann würde es sich lohnen, nochmal zu kommen? Mal ganz einfach. Im zweiten nochmal, nochmal in einem Jahr. Was glaubst du, wenn so ein großer Pott wirklich gut läuft? Nach zwei Jahren, nach einem Jahr? Wo ist dann für dich so der Zielpunkt, wo du sagst, da muss es auch super von allem sein? Also im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass es besser laufen kann. Okay. Für meine Verhältnisse. Ja, okay. Bis ich das wieder irgendwie schrotte. Da muss man immer vorsichtig sein. Ja. Wenn man sich selber so sagt, ja das ist top und guck mal mein Becken, dann kommt eigentlich der nächste Crash immer um die Ecke. Also ich gehe davon aus, dass man die Steine in einem Jahr nicht mehr sieht. Mhm. Deine Arbeit ist dann hinfällig. Aber das sind, glaube ich, auch so perspektivische Vorstellungssachen. Ihr habt vorhin ein bisschen drüber gesprochen, glaube ich, wie nah sind die Säulen jetzt doch hier ran gekommen? Wie wirkt das nachher? Und dann ist so Korallenpositionierung, wie viele Ablege hast du eingeklebt? 4.000? 5.000? Das war so eine Zahl. Irgendwann bist du ja wahrscheinlich auch so durch damit, dass das kommt. Ich klatsche dir jetzt hier hin und nachher. Jetzt habe ich mir der Endspann irgendwie so ein Stück vor das Glas gepackt. Wir müssen ja ganz kurz dazu sagen, der Sean ist hier. Das ist der eigentlich. Also du stehst wahrscheinlich hier vor wie Takashi Amano mit so einem Stab und sagst hier, komm, mach mal. Und er hängt da stundenlang drin. Er hat mich dreimal gefragt. Sean hat mich dreimal gefragt hier hin und ich habe immer nur so gemacht. Und dann hat Sean den Rest so eingeklebt. Ne, also ich muss sagen, ich hatte mir überall Löcher bohren lassen von Norbert. Oder wir haben das hier teilweise selber gemacht vorm Einbau. Und ich wollte die einfach mit dem Plax nur reinsetzen. Und die habe ich natürlich selber reingesetzt, obwohl das hat auch schon lange gedauert. Das habe ich auch schon unheimlich, ich dachte eben schnell. Also da so ein Tablett mit, ich glaube 250 Korallen drauf. Das hat lange gedauert, bis ich die platziert hatte. Nur dadurch, dass ich schon große Fische drin hatte, große Kaiserfische, die haben gerne mal eben Zupf. Du hast die nicht eingeklebt, sondern nur in die Löcher gesteckt? Das war ja, ich hatte keine Lust zum Kleben. Und irgendwann hat Sean, glaube ich, fast alles nochmal nachgeklebt. Ich muss meint einmal uns auch fragen. Ja, irgendwann haben wir überall ein bisschen Kleber ran gemacht. Also es ging nicht mehr. Also die Korallen sind jetzt natürlich so groß, dass so ein Kaiser die auch nicht mehr rauszieht. Aber am Anfang war es tatsächlich so, das waren ja alles nur so kleine Sticks. Die haben die jeden Tag irgendwie zehn Stück rausgezogen. Beim ersten Blick dachte ich, echt geiles Becken, geiler Korallenbesatz. Weil du hast auch so, oder ihr habt so Gruppen kreiert. Also ihr habt jetzt ja nicht irgendwie so wild durcheinander. Sondern immer geguckt, dass wahrscheinlich perspektivisch mal große Stöcke wachsen können. Ja. Und das war so der zweite Gedanke irgendwie, das wird heftig, das zu pflegen auf Dauer. Weil die ja, also man sieht es jetzt schon, dass die kräftig wachsen. Und wenn du dann gerade so Hystrix hast, die dann mal 40, 50 Zentimeter groß ist, dann machst du ja nicht mehr viel als unter Wasser vielleicht mit dem Hammer reingehen und die irgendwie kaputt schreddern. Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ja, ich löse Probleme immer dann erst, wenn sie entstehen. Vielleicht brauche ich mir diese Gedanken auch gar nicht machen, weil morgen irgendwas ausfällt und übermorgen so total ist es nicht mehr. Mit dem E-Purif ist ja nicht immer ganz so einfach ein Becken zu starten, weil es ja erstmal ein totes Material ist. Also ich nehme dann ja schon mal gerne irgendwie Live-Sand, um ein bisschen Nährstoffe einzufügen. Du hast es jetzt mit Sangokai dann gemacht, ne? Genau. Wie ist das so gelaufen? Ich habe früher schon Sangokai eingesetzt und ich wollte dieses Becken halt mit einfachen Korallen, schnellwüchsigen Korallen und keine Pflege, ganz wenig Aufwand nur und hatte gedacht, ja, um erstmal Nährstoffe reinzukriegen, dass ich dann erstmal nur mit dem Sangokai Startsystem, heißt das glaube ich, anfange. Und irgendwann, wenn genug Nährstoffe drin sind, wollte ich dann eigentlich damit aufhören. Aber jetzt, wie das so läuft, traue ich mir das einfach nicht. Weil es einfach zu gut läuft. Du willst das System nicht ändern. Hast du denn von vornherein gesagt, nach der Philosophie von Jörg, direkt Vollballer mit Korallen? Oder war das eher... Ja, ja. Ich habe mir die ganzen Podcasts angehört von den Jungs. Da habe ich ein paar Tage für gebraucht. Zum Glück war ich zu der Zeit viel im Auto. Sangokai Empfehlungen A bis Z und eigentlich habe ich es auch so nachher umgesetzt. Schnellwüchsige Korallen. Hab die dann erstmal selber gezüchtet. Jörg sagte ja auch, wenn du Korallen schneidest, dann setzt die bitte nicht in neues Wasser, sondern dann die plaks in das gleiche Wasser, wo sie auch vorher drin waren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Die wuchsen schon sehr schnell. Rucksack war die Korallenanlagen überfüllt. Dann bin ich aufs Technikbeck ausgewichen, habe dann darüber noch Lampen gebaut. Und irgendwann wusste ich nicht mehr wohin. Zwischen den Abschäumerpumpen und dem Body des Abschäumers standen Korallen. Und irgendwann war dann die Zeit hier zum Umsetzen oder zum Umziehen. Und dann sind wir umgezogen und haben noch immer viel zu viele Korallen über. Also du hast ja jetzt noch eine Überproduktion. Also hinten steht ja alles von Milka und Hystrix und was hast du damit vor? Muss ich mal. Wenn normaler ein großes Becken starten will, dann sollte ich mal bei mir melden. Wir können vielleicht eine ECP einblenden. Du hast mir die gestern, glaube ich, geschickt. Ja. Das ist die aktuellste. Also Nitrat zum Beispiel ist da eigentlich nicht nachweisbar. Du arbeitest auch mit dem Komplett zur Stickstoffversorgung. Genau. Wenn du halt jetzt reinguckst, ist alles offen. Also offensichtlich ist immer dieser große Unterschied zwischen nicht nachweisbar und in der Analyse oder auch im Test zu Hause nicht messbar. Oder null. Also offensichtlich ist nicht null. Und das ist halt nach wie vor eine Versorgung, die du immer noch laufen hast. Weil du vielleicht ausgegangen bist. Bei vielen Fischen hast du irgendwann eine Nährstoffversorgung, die wir in allen Bereichen auslangt. Bei Stickstoff und fast so. Aber ist es offensichtlich nicht so. Also dieses Verhältnis zwischen Wasservolumen, Korallenbiomasse und dann doch nicht so krass viel fischen, wirkt sich halt schon sehr stark auf dieses Versorgungs- oder die Notwendigkeit für eine Versorgung aus. Ja, die Korallen sehen super aus. Also sehr vital alles. Wir haben schöne Farben drin auf jeden Fall. Siehst du auch die ganzen Styloporers und so. Die haben richtig diesen schönen rosa Touch oben drauf, wo man so kaum hingucken kann, weil es so verzerrt einfach irgendwie für dich immer. Also wirklich schön. Toll. Für so ein großes Becken auch. Hast du das Gefühl, so ein großes Becken läuft dann, wenn es einmal läuft, vielleicht ein bisschen stabiler irgendwie? Das wird immer gesagt, als ich damals mit dem 5.500 Liter Becken gestartet bin, wird das auch immer gesagt. Aber wenn ich hier mal einen Tag nicht KH dosiere, fällt das genauso. Das waren auch ganz ehrlich früher so Phrasenschweine, oder? So fang nicht unter zwei. Also jetzt reden wir 80er, 90er Jahre. Geht nur mit groß und so. Und eigentlich hat mehr Pufferkapazität, aber so richtig genau besprochen, warum, weshalb, was reden wir eigentlich? Wird dann eigentlich auch immer nicht. Wird wahrscheinlich auch wieder unter das Video geschrieben. Warum ist die Scheibe so klein? In Anführungszeichen. Was war die Absicht? Warum hast du das so gemacht? Die ist mir zu groß. Ich putze nicht gerne Scheibe. Ich wollte eigentlich, damals habe ich Norbert angerufen und gesagt, Norbert, wir machen jetzt nur ein Bullauge. Und dann ist Norbert erstmal zusammengebrochen. Erstmal hat er nichts gesagt. Das kommt schon selten vor bei Norbert, dass er nichts sagt. Aber dann hat er irgendwann seine Stimme wiedergefunden und gesagt, Torben, das machst du nicht. Die Leute haben dann 36.000 Liter. Klar, eine gewisse Vorstellung, dann erwarten die wie im Sealife eine 12 Meter hohe Scheibe oder 5 Meter breit oder so. Aber du hast es ja schon so gewählt, dass du eigentlich, die Hauptoptik ist vom Sitzen aus. Ja, also das ist ein vorgeschobener Grund, dass ich die Scheibe nicht putzen möchte. Das ist Quatsch. Also mir geht es darum, je kleiner die Scheibe ist, desto weniger sehe ich die Außenwände. Ich möchte gerne, am liebsten wäre es mir alles schwarz, dunkel. Normal hätte das Becken noch 4 Meter breiter sein müssen, dass man wirklich nur ins Schwarze guckt rundherum. Das war mein Ziel, was ich mit der Beleuchtung ursprünglich auch hätte erzielen können. Aber Norbert hat mich da wieder von abgebracht, von meinen Zielen. Würdest du mir ja mal hinten die Technik zeigen? Sollen wir einmal durchgehen? Ja, können wir machen. Okay. Was haben wir denn hier? Technik? Zeigst du mal bitte. Abschäumer. Ursprünglich von Churan, hat im Delfinarium gelaufen. Der hatte noch 10 Brüder, dieser Abschäumer. Einen davon habe ich nach 30 Jahren jetzt bekommen. Abyss hat das getunt. Wir haben hier eine 1200er Abyss dran und nochmal eine 200er Abyss. Die 200er Abyss, die ist nur für die Lufteinsaugung zuständig und für die Ozoneinsaugung. Das ist aber ein kleiner Ozonisator. Der ist auch nur für 25.000 Liter. Aber ich habe ihn jetzt trotzdem noch auf Minimum laufen. Ich schätze mal irgendwie 5%. Reicht vollkommen aus, um das Wasser sauber zu halten. XT2000 heißt jetzt wahrscheinlich 2 Gramm oder so, oder? Machst du jetzt 2 Gramm? Habe ich keine Ahnung von. Du benutzt das Ozon, aber hast du eben schon erzählt, eigentlich nur um ein bisschen die Gelbstoffe rauszuhalten. Richtig. Ja, okay. Und weil ich zu faul bin, Aktivkohle zu tauschen. Ja, kostet ja auch Geld. Ja, kostet auch Geld und ist anstrengend. Okay, dann hast du da drüben die schwarze Kiste. Ist eigentlich der Genesis-Filter? Das ist ein Genesis Evro 500. Kommt ursprünglich aus dem Koi-Bedarf, ist aber für Meerwasser umgenutzt worden. Richtig mit Titan ein, drum und dran. Und der schafft bis zu 50.000 Liter in der Stunde. Ich glaube, da laufen wir 10.000 Liter in der Stunde durch. Kannst du das irgendwie regeln oder steuern, wie viel Wasser durch den Fließfilter läuft? Ja, indem ich die Rückförderpumpe erhöhe oder reduziere. Okay, aber der gesamte Rücklauf geht durch den Filter? 100% Rücklauf. Also hier im kleinen Becken eigentlich auch. Der Hauptablauf geht komplett durch? Ja. Krass. Der Abschäumer saugt aber nicht aus dem Technikbecken an. Der Abschäumer saugt im Aquarium an. Und zwar an allen vier Ecken. Ah ja, okay. Auf dem Boden. Um die Sedimente besser, ich sag mal... Okay, also der Abschäumer saugt aus dem Becken und der Hauptablauf geht durch den... Oder geht das irgendwie aus dem Abschäumer in den... Nein. Abschäumer ist wie ein Klaus-Subsystem. Okay. Es saugt an und fördert zurück. Nur die Rückförderpumpe und alles was dem Fieser geht, geht durchs Technikbecken. Was hast du hier für Rohrleitungen verbaut? Das sind 110er. 110er. Das ist ordentlich, ne? Hast du das geklebt? Haben wir geklebt, ja. Das hast du dir dann im Prinzip eigentlich alles selber ausgedacht? Hier die Lampenhalterung und sowas alles? Richtig. Ja. Einfach mal gebaut und geguckt, wo es hinweist. Genau. Das ist irgendwie so... Während des Bauens ist der Plan entstanden. Und das kannst du komplett hier rüberfahren? Das kann ich hier rüberfahren. Leider ist es ein bisschen falsch geplant worden. Und ich muss den Topf abbauen, um die Lassen rüberziehen zu können. Das bestimmt auch nicht mal eben, ne? Das dauert fünf Minuten mehr. Das heißt, du hast jetzt hier irgendwie eine Pumpe sitzen, da unten drin? Genau. Das ist die Rückförderpumpe. Die kann ich aber auch nutzen, um einen Wasserwechsel zu machen. Dann lege ich den Hebel um und kann dann 40.000, 50.000 m pro Stunde in den Ausguss pumpen. Machst du hier Wasserwechsel? Nein. Nein, ne? Besser haben als brauchen. Dann hast du da unten noch, sehe ich, so eine Spirale drin, ne? Genau. Das ist dein Wärmetauscher quasi. Das ist unser Wärmetauscher, genau. Also wir können die mit Heizwasser wärmen. Ja. Aber das war tatsächlich nur am Anfang relevant. Vielleicht jetzt im Winter nochmal, das weiß ich noch nicht. Aber bislang ist das kein Problem, dass wir eher Wärme abführen müssen. Okay. Anstatt Wärme zuführen. Hattest du irgendwann so kurzen Momente, wo du dir gedacht hast, was machst du hier eigentlich? Nein. Nein. Gut. Das geht mir nämlich oft so. Ich binde mir wieder irgendwas ans Bein und dann denke ich mir so, ja warum eigentlich? Ja, das habe ich auch gemacht. Stimmt. Aber nicht hierbei. Das ist einfach zu viel Leidenschaft drin, ne? Das macht man so in Frankreich auch nicht, glaube ich. Ja. Cool. Sehr gut. Du stehst jetzt genau vor deiner Fütterungsstation hier, ne? Und da könnte man sich natürlich fragen, wie füttert man denn jetzt hier in so einem riesen Becken? Was fütterst du und wie fütterst du? Erzähl mal eben bitte. Also ich fütter nur Pellets. Ich habe jetzt zum Beispiel immer die von Basile, Dr. Basile oder Basile, wie er heißt. Und für die Antias nehme ich immer Antias Profit. Ich habe zwei Fütterungsautomaten. Ich habe im Schrank noch zwei liegen. Ich werde wahrscheinlich in der anderen Ecke nochmal zwei installieren, dass die Fische nicht darauf getrimmt sind, immer hier vorne an der Scheibe Futter zu bekommen. Das Problem habe ich auch immer an großen Becken. Die Geier, die stehen einfach nur die ganze Zeit unter dem Futterautomaten, ne? Genau. Mit den anderen Vieren werde ich ein paar Tage länger hinkommen. Jetzt muss ich alle drei, vier Tage die Fütterungsautomaten aufhören. Die sind nicht dafür ausgerichtet, ne? Die sind natürlich für normale Heimatquare. Kann man die manuell betätigen? Ja. Kannst du mal drauflegen? Kann man auch mal rein. Und dann geht das hier unten in den Strahl quasi rein, ne? Dann verteilt sich das so ein bisschen wenigstens. Trömung hast du hier drin? Was hast du denn? Du hast so riesen Ocean Motion hier, ne? Genau. Das sind die Abyss Flowcannon. Die haben 400 Watt, die haben eine Leistung von 200.000 Liter Wasser. Und die werden mit den Ocean Motion jede Stunde wird der Winkel der Pumpe verstellt. Okay. Dass ich immer wechselnde Strömung habe. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen hier. Wie komme ich denn da gleich rein? Du wirst da hinten rein gehen und über den Ablauf einsteigen. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Das ist dann da hinten, ja? Richtig. Okay. Ich bin hier mit dem Sean. Und Sean ist hier der Typ, der Stunden unter Wasser verbringt. Eigentlich habe ich gedacht, dass Jörg mit mir reingeht. Jörg sitzt jetzt der Kamera jetzt. Aber der will nicht. Mir ist das zu kalt. Der alte Warmduscher. Und ich denke mir so, ja, ich müsste jetzt auch nicht unbedingt rein. Aber ich würde es auf jeden Fall wollen, wenn ich es nicht tun würde. Ich bin nämlich immer so ein bequemer Typ auch manchmal. Aber wir machen das jetzt. Du gehst mit mir rein, ne? Genau so ist es. Wir werden das jetzt auch. Und immer wenn man taufen geht, muss man ein Briefing kriegen. Genau so ist es. Du bist ja Taufer, ne? Unter anderem. Also, ich hätte jetzt gerne von dir ein oberamtliches Briefing mit Griff aufzeichnen. Wo darf ich hintreten? Wo finde ich was? Wo sind die Besonderheiten? Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Das ist gar kein Problem. Komm, dann mal doch mal auf hier. Das Becken ist ja so, ne? Genau. Wir legen das jetzt mal so hin, wie das Becken eigentlich auch aufgebaut ist. Genau. Das ist unsere Beckenform. Hier haben wir die Scheibe, ne? Genau. Machen wir einmal die Scheibe vorne hin. Das ist unsere Frontscheibe. Wir haben hier eine Tiefe von 5,20 Meter. Und wir haben hier einen Aufbau. So. Das heißt wirklich, wir können uns in diesem Bereich frei bewegen, ohne Probleme. Wir müssen nur vorher darauf achten, dass wir von hier bis ca. hier einmal ringsherum die Korallen erstmal alle wegräumen, die da noch drinstehen. Ach du Schande. Auf den Reefdecks. Da stehen nochmal ca. 1500 Korallen. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Okay. Wie kriegen wir die weg? Musst du die rausheben? Oder machen wir damit? Nee, wir wollen tatsächlich alle hier hinten in die Ecke rein. Das heißt… Schmeiß mal einfach so dahin und dann… Genau so ist es. Übereinander stapeln, das macht ja nichts aus. Die wachsen hier so gut. Okay. Das passt alles. Da haben wir hier eine Säule. Hier haben wir eine Säule. Hier haben wir noch eine Säule. Genau das selber auf der Ahrenseite. Ja. Und hier hinten, da steht noch so eine kleine Krake, wie Norbert das so gut nennt. Mhm. Da können wir nirgendwo durch. Die Korallen sind mittlerweile so weit ineinander gewachsen, da kommen wir nicht rein. Wir werden hier reingehen. Ja. Die Korallen wegräumen. Komplett einmal rumgehen. Ja. Und dann hier vorne, zwischen Scheibe und erster Säule, können wir dann in den großen Freiwasserbereich. Wahrscheinlich nicht zusammen, oder? Wir gehen hintereinander in da rein. Okay. Wir können auch zusammen tatsächlich da rein. Aber wir gehen erstmal hintereinander da durch. Schimpft der Torben doll, wenn man da irgendwo was abbricht? Der nicht, aber ich. Sehr gut. Okay. Kriegen wir alles, das ist gar kein Problem. Besonderheiten, die wir haben. In der ersten Säule, vielleicht treffen sie heute, ist eine kleine Moräne drin. Ach, cool. Ansonsten, zwischen den Korallen, genauso wie in den Gestellen selber, haben wir Korallenwächter dazwischen. Wir haben die einzelnen kleineren Schwarmfische dazwischen. Also, der Imperatorkaiser, der kommt manchmal ein bisschen nah. Da ein bisschen aufpassen. Wer zu nah kommt dann mal, genau so ist es. Dann mal hier ein bisschen Abstand suchen. Sehr cool. Wie ist das so mit Walhain und so manchmal? Die sagen die ja immer. Immer wenn du mit einem Tauchgehalt irgendwo sprichst. Gerade die Ägypter, da sind immer so Schlitzhorn. Schlawiner, die kommen immer an. Ja, hier Turtle, ne? Und Sometimes Whale Shark, ne? Genau, genau. Hier geht's auch weiter. Hier, Barracuda, ne? Aufpassen. Ja, ja. Auch kein Messer mitten im Urso. Nichts. Die Barracuda steht, ne? Genau so ist es. Ist hier irgendwas drin, was potenziell gefährlich sein könnte? Der Feuerfische, also Muränen hast du gerade schon gesagt? Aber die sind nur so, oder was? Genau so ist es. Wir haben nur eine Muräne drin. Derzeit nur eine, die hat ca. 40 cm. Ja. Die ist aber auch nicht so neugierig. Die guckt mal aus dem Loch. Das war's dann auch. Wir haben keine Rotfeuerfische. Wir haben sonst auch weiter nichts Großreichgiftiges drin, was sich jetzt angreift. Was wir drin haben, ist ein Fuchsgesichter. Ja. Ja gut, kennt man. Aber die sind ja eigentlich nicht so, dass die einen jetzt attackieren würden. Und worauf man sonst noch achten könnte, vielleicht die Doktoren mit dem Skalpell. Ja. Aber ansonsten, seit neuestem ist hier Sand mit drin. Gucken, wo man hintritt. Ja. Vielleicht ist da ein Lippfisch mit drin noch. Wir haben die kleinen Dinger auf dem Sand unten, ne? Genau. Die Fallschwanzkrebs. Genau so ist es. Die Fallschwanzkrebs sind dann mit drin. Drei Stück an der Zahl. Machst du das, schlürfst du so ein bisschen mit den Füßen über den Boden? Oder wie machst du das? Genau so ist es. Jetzt, wo der Sand drin ist, auf jeden Fall. Okay, alles klar. Das heißt, das wird auch wahrscheinlich ein bisschen trüb werden. Was machen wir, wenn es total trüb wird auf einmal? Weil der Sand ist ja neu drin. Und wir müssen irgendwie wieder rauskommen und sehen nichts mehr? Ich führe dich. Okay. Ich kenne das Becken ja auswendig mittlerweile. Top. Sehr gut. Gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal in Schale, oder? Machen wir. Ich habe jetzt hier noch ein neues Spielzeug. Also wenn ihr fressen, leid es manchmal, wenn es mal hier ist. Ich habe jetzt so 50 Prozent Akku. Ich habe hier nämlich eine Hülle gekauft. Jetzt mit dem Telefon unter Wasser filmen. Das kann man natürlich super testen. Das ist kein Playstorm, kein Werbung. Das ist die GoPro, die wir jetzt sonst immer filmen. Ja, ich auch. Meine Lickenmeer und Taubvideos. Und natürlich, da müssen wir es auch helfen. Das sind die Leute, da müssen wir es auch machen. Ja, die Leute, wir sind dann in einem Schalt. Das ist mein Name. Ja, genau. Cool. Das sind die Leute, da sind es nicht mehr raus. Okay. Ich bin schon aus 0.11. Und jetzt ist das abgenommen, oder? Ich bin auch in einer Bindung. Ja, ich bin von Jojo, oder? Und jetzt bist du gerade runter, aber jetzt bin ich einigermaßen hoch eigentlich. Das ist vorne. Ja, ich bin dann noch raus. Zack, ich gehe jetzt in der Warte. Super. Ja, okay. Was ist das schön, wenn du zum Beispiel reinkommst? Was hat denn? Na? Ja, genau. Lass mich vorgeschrieben werden. Komm, spuck rein. Es ist nur wegen dir. Was ist nur wegen dir? Ja, weil du gesagt hast, du gehst rein. Habe ich gesagt, okay, aber gehe ich mit. Jetzt gehe ich als Einziger. Jetzt spuck in deine Maske. Nee, du bist nicht die Einziger hier. Schau noch viel aus dem Lager an. Also, vorerst mal raus. Gehen damit. Ist auch so eine Ultra-Low-Voline-Maske. Ist ganz cool, ja. Ich habe erst gedacht, dass wir nicht sehen würden, ist aber nicht so. Ist cool. Von Sichtfeld. Ist auch so ein bisschen taktisch. Ist gut. Ich habe immer das Problem bei Masken, dass die mir hier unter die Nase runterrücken. Ja, das nervt. Das tut voll weh. Ja, das tut voll weh. Du musst nicht mehr das Wort haben. Ja. Das passiert. Okay, musst du irgendwo das Wort haben. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Aber jetzt sieht man mal, wie viel Platz hier hin. Das ist die Müllerstücke. Ja, das ist die Ecke. Genau, aber nicht aufs Torst treffen, das heißt... Nicht auf was? Nicht auf das Wort, das Ansocken. Kannst du dich hier draufsetzen? Ja. Ich habe keinen Bock jetzt hier auf den Torst. Ja, stimmt. Dann setze ich raus. Ja, genau. Anstehen wir hier. Es leuchtet sich schwer, gehst runter oder treu zu? Ich gehe ganz lange runter, perfekt. Deheben, dass der Ausgabe ist? Da war schon so. Jebim. Die Wind pan hat einen Kasten. Ja. Ich bin so. Jetzt stecken die Warche aufbauen. Ja. Ich muss noch kurz, 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 kurz. Und die Deine zu fahren. Ich hatte die Warche auf die Hände. Ich hatte die Hände in der Warche. Und das ist ein Warche mit einem Macher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020